Anlage die ich je gesehen habe mit diesem hoch und runter fahren weißt du und dann noch thematisierung Leute wir sitzen im Rafting herzlich willkommen wir machen jetzt eine Bootsfahrt der besonderen Art da geht es gleich hoch ich lege mal meinen Arm hin sonst kann ich gleich schon wieder nicht mehr Celine ist wie immer gleich angezogen auf dieser Tour egal ob 25 Grad und Sonne oder 17 Grad und Regen Celine hat immer die Regenjagd an auf Wasser machen diese Tour aber nur ich weiß nicht was da los ist seid ihr gegönnt ich glaube da sollten eigentlich Wasserfälle sein kann das sein da wo wir jetzt durchfahren nee hier Celine ich glaube da sollten eigentlich Wasserfälle sein weiß ich nicht schreibt gerne in die Kommentare ich finde aber gut dass man vor dem Lüftschill noch ein bisschen schippert was dann gleich jetzt macht die Fahrt einfach deutlich länger also wir sind jetzt schon eine Minute unterwegs ja klar bist du oben bist schon zwei Minuten unterwegs super der Freischitz sieht schon gut aus könnt ihr euch auch gerne mal angucken die Achterbahn und danach geht es auf den Volt rum und dann geht es auf den Tafel Tower ich weiß nicht ob es 100 oder 80 Meter sind ich weiß nicht ich glaube es waren 100 weiß es auch nicht sooo dann geht es jetzt hoch genau das ist die Kamera das ist die Kamera das ist die Kamera das ist die Kamera ja 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 es ist ein bisschen nachgelistet hey, test the juice wie langsam der Lift ist und wie hoch das Ding kippt ist bis wir oben sind, sind drei Minuten um oh, schön aber es muss ja auch dann weit runter gehen die Rinde sieht auch sehr lang aus ja, und gepflegt, also wunderschön die Anlage, muss ich ganz ehrlich sagen guckt euch das mal an, da kommt jetzt ein Boot runter kann ich da mal in die Dings hier so es sieht schon schön aus jetzt könntest du eigentlich auch filmen oh, jetzt ist es zu spät ja, du könntest ja hier, oder kannst das Layout einmal filmen von hier ja, es ist noch genug Zeit also, ihr könnt schon sehen, da geht es gleich runter ordentlich Strecke liegt vor uns fancy, da hinten ist Freischütz, da hinten ist Voltrum hier ist noch ein kleiner Freefall Tower drin, der war auch ganz cool und wir legen jetzt los, Freunde immer gut festzuhalten, ich habe kein Superview an Scheibenkleister muss auch so gehen oD 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 das ist schon wiederzu schnell SO Alter! Guck mal, da haben sie extra die Rinne noch hochgebaut. Boah! Ja, 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 ja. Auch wieder. Oh! Alter! Ich liege hier gleich. Ich liege hier gleich. Oh! 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 Ja! Oh! Ich hab sie oben! Eieiei! Du fließt wieder ab? Ja? Okay. Das war aber cool! Alter! Hat mir Spaß gemacht! Ja, das war echt cool. Ja. Du bist echt fünf Minuten unterwegs. Das ist Wahnsinn. Ich bin nochmal. Ja, können wir ja. Aber wir müssen wahrscheinlich ein Boot weiter vorne nehmen. Aber Voltrum hat dann auch zwei Stunden auf. Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, wir müssen ja ausschalten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, sehr angenehm. Ja, danke.